Zurück in der Realität keuchte ich und riss die Hand mit einem Ruck vom Rollstuhl. Carlos' Kopf rollte immer noch schlaff von einer Seite zur anderen, während sich auf seinem Bademantel eine Pfütze Sabba bildete. Er summte leise vor sich hin. »Was ist passiert?« verlangte Lucius Nelson zu erfahren, offensichtlich besorgt um seinen Patienten. Als ich mich umsah, stellte ich fest, dass die Ärzte und Trip noch an denselben Plätzen im Pavillon standen, wie vor dem Antritt meiner Reise in Carlos' Geist, während Frank sich gerade mit forschen Schritten den Weg heraufnäherte. »Wie lange war ich weg?« fragte ich. »Du bist nie weggegangen,« erwiderte Joan. »Hüchstens fünf Sekunden,« antwortete Trip rasch. »Hat es funktioniert?« »Ja, in gewisser Weise.« Ich stand auf. »Dr. Lucius, Dr. Joan, wir müssen Carlos sterben lassen.« »Was?« Entfuhr es beiden gleichzeitig. »Bitte glauben Sie mir, in seinem Kopf lebt etwas Grauenhaftes. Es verschlingt ihn Stück für Stück. Ich musste ihm versprechen, ihn zu töten.« »Oh, und das ist lächerlich.« Der Rollstuhl begann zu vibrieren. Ich schaute hinab. Carlos bekam eine Art Anfall, und sein Summen war verstummt. Auch das war ihm genommen worden. Die letzte Erinnerung war gelöscht. Das Zittern seines Körpers hörte auf. Joan kniete sich neben den Rollstuhl und legte die Finger an Carlos' Hals. »Ich glaube, er ist tot.« Plötzlich hob sich mit einem Zucken der Kopf des Patienten. Die Lider öffneten sich und offenbarten blutrote Augäpfel. Dünne Finger schlossen sich mit knochenbrechender Kraft um Joans Handgelenk. Mit einem Ruck zog er sie auf die Knie. Meine STI war so schnell aus dem Halfter gezogen, dass es ausgesehen haben musste, als sei sie durch Magie in meiner Hand erschienen. Mit einem Klicken entsicherte ich die Waffe, als ich das Visier zwischen jene roten Augen richtete. »Lass sie los!« »Nein!«, zischte der Dämon, der in Carlos' Körper hauste. Joan schrie auf, als er ihr Handgelenk quetschte. »Festschmaus vorbei! Brauche neue Hülle zum Leben!« »Was soll das alles?«, rief Lucius. »Carlos, lass sie los! Wir versuchen dir zu helfen!« »Das ist er nicht, Doc. Diese Kreatur stammt von der anderen Seite. Nicht wahr, Fressmonster?« Der Körper schnaubte. »Nicht wahrer Name ist Name gegeben von schwachem Fleischling.« Die Stimme klang kratzig. Was auch immer da in Carlos steckte, war offensichtlich nicht daran gewöhnt, Sprechlaute zu erzeugen. »So hungrig muss fressen!« Seine andere Hand streckte sich Jones' Gesicht entgegen, als wolle es die Ärztin streicheln. Die Nasenflügel blähten sich, während das Monster ihren Geruch einsog. »So viele Erinnerungen in dir da zum Fressen!« Als Lucius Nelson erkannte, dass seine Frau in ernster Gefahr schwebte, reagierte er den Bruchteil einer Sekunde schneller als ich. Carlos' Schädel zuckte zuerst in die eine Richtung, dann in die andere, als unsere Kugeln in sich überkreuzenden Bahnen darin einschlugen. Joan stürzte. Ich stürmte vor und trat dem gebrechlichen Körper im Rollstuhl in die Brust. Der rollte die Rampe hinunter ins Sonnenlicht. Dann kippte er um. Obwohl der Hinterkopf fehlte, versuchte der animierte Leichnam, sich auf verkümmerten Muskeln zu erheben und einen neuen Wirt zu finden. Die Bewegungen waren abgehackt und linkisch. Es schmerzte geradezu, sie zu beobachten. Fressen! Trip hatte seine Springfield XD 45 gezogen. Dr. Lucius stellte sich neben mich, den kurzläufigen Colt schussbereit gezückt. Wir drei blickten einander an und wussten, was zu tun war. Gleichzeitig eröffneten wir das Feuer. Dutzende Kugeln durchschlugen Carlos' Körper. Wenige Sekunden später klickten unsere Schlitten leer. In meinen Ohren klingelte es und der durchsiebte Leichnam lag völlig regungslos da, während sich Blut ins Gras ergoss. Was zum Teufel ist da los? brüllte Holly, als sie auf dem Pavillon zugerannt kam. Sie hielt gerade lange genug inne, um die eigene STI Ranger zu ziehen und wie der Rest von uns auf die blutdurchdrängte Masse auf dem Rasen zu richten. Sind alle in Ordnung? Es geht uns gut, antwortete Joan ruhig. Obwohl ich glaube, dass mein Handgelenk gebrochen ist. Die vogelähnliche Frau hatte sich auf eine Bank hochgezogen. Irgendwoher hatte sie eine 380 PPK hervorgeholt, die sie zittrig in der linken Hand hielt, während die rechte verkrampft auf ihrem Schoß ruhte. Sie bemerkte, wie ich sie ansah. Alte MHI-Schule, Kids. Schock ist das Anästhetikum der Natur. Gib mir 5 Minuten, dann heule ich wie ein Baby. Ich warf mein verbrauchtes Magazin aus, legte zackig ein neues ein und lud durch. Kümmern Sie sich um Ihre Frau, forderte ich Lucius auf. Trip Holly zu mir. Langsam näherte ich mich Carlos' Körper. Zu dritt rückten wir mit den Pistolen im Anschlag vor, aber er rührte sich nicht mehr. Der Jäger war tot, endlich von seinen Qualen erlöst. Agent Franks gesellte sich kurz darauf unbekümmert zu uns. Der Hühne musterte uns drei, während unsere Waffen über dem durchlöcherten Leichnam und dem Rollstuhl schwebten. Er zuckte mit den Schultern, holte ein Bonbon aus der Tasche hervor, wickelte es aus, warf es sich in den Mund und ließ das Papier auf den Rasen fallen. Brutal. Sogar für meine Verhältnisse, meinte er und entfernte sich lautkauend. Was ist das da? fragte Trip und deutete mit seiner Waffe. Da, auf dem Gehweg. Ein winziges, schwarzglänzendes, ohrwurmähnliches Etwas kroch von dem zertrümmerten Schädel weg. Ich trat beiseite, sodass mein Schatten es nicht mehr schützte. Das Miniaturvieh rollte sich herum, offenbarte zwei rote Augen und einen Mund voll Zähnen mit Widerhaken. Es kreischte vor Schmerz, als das Sonnenlicht darauf fiel. Ich hob meinen Stiefel Größe fünfzig an. Leb wohl, freis Monster. Mit einem übelkeiterregend feuchten Platzlaut zermanschte mein Stiefel das eklige Ding. Ich trat es in den Boden. Schwarzer Rauch stieg zischend vom Asphalt auf. Erstes Versprechen gehalten. Owen, es ist dir nicht länger gestattet, herzukommen, ließ mich Lucius wissen. Wir befanden uns auf dem Parkplatz von Appleton und bereiteten uns auf den Aufbruch vor. Jedes Mal, wenn du uns besuchst, verlieren wir Patienten. Wenn du so weitermachst, sind wir im Handumdrehen aus dem Geschäft. Tut mir aufrichtig leid. Ich überlege ernsthaft, ob ich eine einstweilige Verfügung gegen dich erwirken soll, dachte der Doktor mit strengem, ernstem Tonfall laut nach. Plötzlich war mir zum Kotzen zumute. Dann schlug er mir gegen den Arm. Ha! Ich mach doch bloß Spaß, Junge. Entspann dich. Das gehört zum Geschäft. Joan schüttelte den Kopf. Verzeih meinem Göttergatten. Er hat einen verschrobenen Sinn für Humor. Ihr Handgelenk war nicht gebrochen, sondern nur verstaucht und bereits verbunden worden. Sie hob es an. Andererseits habe ich gerade ein paar Lordebs eingeworfen. Da findet man alles ein wenig komisch. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich wünschte, wir hätten schon viel früher erfahren, was mit dem armen Carlos los war. Wir haben ihn all die Jahre am Leben erhalten und dadurch sein Leiden nur verlängert. Sie haben getan, was sie konnten, entgegnete ich. Sie hatten keine Möglichkeit herauszufinden, was da in ihm steckte. Ich fürchte, kein medizinisches Lehrbuch enthält einen Eintrag über das, was da aus seinem Kopf gekrochen kam, erwiderte Lucius. Den müssten wir schon selber schreiben. Vielleicht verstehst du jetzt, weshalb Joan und ich so erpicht darauf sind, Überlebende zu befragen. Ich weiß, es wirkt manchmal geradezu ein wenig... Aufdringlich? schlug ich vor. So könnte man es wohl betrachten. Er kicherte. Pass auf, ich will dir helfen. Als Marty Hood ursprünglich zu MHI gekommen ist, habe ich eine dieser intimen Befragungen mit ihm durchgeführt. Hier ist die Akte. Vielleicht findest du darin etwas Praktisches. Ich nahm die Akte entgegen. Sind es nicht geschützte Informationen? Er lächelte. Wenn sich jemand dazu versteigt, den Alten zu helfen, geht mein hippokratischer Eid ganz schnell über Bord. Stünde Hood in Flammen, würde ich nicht mal auf ihn pissen. Holly kam zu uns. Wir können los, die Leiche haben wir wie gewünscht in den Keller gebracht. Keine der Patienten hat uns dabei gesehen. Gut, gut, lobte Joan. Danke, Liebes. Lucius lächelte traurig. Die Anlage wurde vor 80 Jahren errichtet, um tuberkulose Patienten darin unterzubringen. Also haben sie auch ein hervorragendes Krematorium dazu gebaut. Morbid, aber überaus wirkungsvoll. Und notwendig, wenn man bedenkt, welchen Dingen der arme Mann ausgesetzt war. Keine Sorge, wir werden ein paar Worte zum Abschied sprechen. Danke für Ihre Hilfe, sagte ich aufrichtig zu den beiden Ärzten. Wir helfen immer gern und wir verlangen nur eins, erwiderte Joan. Agent Franks, der unserer Verabschiedung anscheinend überdrüssig wurde, fing an, auf die Hupe zu drücken. Joan stöhnte. Bringt diesen Mann nie, nie wieder auf unser Grundstück mit. Abgemacht. Ich mag ihn nicht, ich vertraue ihm nicht und je eher wir diese Sache abgeschlossen haben, desto eher bin ich ihn los. Hm, Franks ist wirklich widerwärtig. Wie viele Leute passen eigentlich zur gleichen Zeit in dieses Krematorium rein? Unschuldig klimperte Holly mit den Wimpern. Wir alle sahen sie an. Was denn? Steht irgendetwas Hilfreiches drin? fragte Holly. Ich reichte ihr die Akte auf den Rücksitz, damit sie selbst darin lesen konnte. Tja, Dr. Nelson kam zu dem Schluss, dass Hood ein Getriebener war, besessen von der Gier nach Erfolg. Und Versagen konnte er einfach nicht ertragen. Als Junge wurde er schwer traumatisiert, weil er den Tod seiner Eltern mit ansehen musste. Und er war fixiert darauf, zu verhindern, dass anderen dasselbe widerfährt. Klingt ganz nach einem ziemlich typischen Monsterjäger, meinte Tripp. Ja, stimmt wohl. Fanatisch von etwas traumatisiert, nach Kräften bemüht, die Welt zu beschützen. Verdammt, ich wette, er hat von Anfang an dazugepasst. Abgesehen davon, dass der Doc damals befand, Hood habe den Intellekt eines Genies. Nichts für ungut, aber ich würde sagen, bei den meisten von uns liegt diese Latte nicht so hoch, merkte Holly an. Tripp ergriff das Wort. Hey, ich hab das College besucht. Und ich hab mal einen IQ-Test gemacht. Demnach bin ich ganz schön ausgebufft, scherzte ich. Na schön, Tripp hat sich mit Football durch eine höhere Schule geschlagen und du hast ein paar Nerds für ein gutes Zeugnis vermöbelt. Aber laut dieser Akte ist das Gehirn dieses Hood wie das von Stephen Hawking geartet. Wie ein bösartiger Albert Einstein oder so. Wir reden hier von einem superschlauen Kerlchen mit echten Besessenheitsproblemen. Und jetzt hat er es auf dich abgesehen. Er mag schlau sein, aber ich bin auch keine Niete, erklärte ich. Franks schnaubte höhnisch. Mann, wie ich diesen Kerl hasse. Nur weil keiner mehr Trivial Pursuit mit dir spielen will, bist du noch lange nicht auf einer Ebene mit diesem Typen-Set, gab Holly zu bedenken. Das liegt bloß daran, weil Julie immer in seinem Team ist und die Antworten auf all die blöden Fragen über Kunst weiß, brummelte Tripp. Holly fuhr fort. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir diesen Kerl unterschätzt haben. Als wir zuerst von ihm erfuhren, dachten wir, dass wir es einfach mit einem weiteren Schurken, irgendeinem der üblichen Monster zu tun hätten. Aber der hier ist anders. Er ist ein ehemaliger Monsterjäger. Daher weiß er bestens, wie wir ticken. Zudem ist er geduldig genug, um seinen Tod vorzutäuschen und seinen Wahnsinn über Jahrzehnte hinweg zu planen. Dieser Mann hat Earl Harbinger und alle Shackleforts überlistet, während er die ganze Zeit vor ihrer Nase war. Über den Kult haben wir ja länger Bescheid gewusst, aber den Anführer haben wir definitiv unterschätzt. Anfangs fand ich die Vorstellung von einem Spion bei MHI Alban. Aber dieser Hood ist so etwas wie ein Schachgroßmeister. Er denkt weit voraus. Dieser Mann wird nicht von seinem Vorhaben abweichen, sondern alle Register ziehen, um es umzusetzen. Wir haben ein wesentlich größeres Problem, als wir bisher dachten. Holly hatte recht. Im Auto herrschte Stille, während ich darüber grübelte. »Was meinen Sie, Franks?«, fragte Holly. Mich überraschte, dass sie tatsächlich versuchte, ihn mit einzubeziehen. Mittlerweile musste sich Franks zusammengereimt haben, dass ich irgendwie Carlos Gedanken gelesen hatte. Allerdings ließ er sich nicht anmerken, dass es ihn in irgendeiner Weise juckte. Er schwieg eine lange Weile und starrte mit den hinter der Sonnenbrille verborgenen Augen zum Fenster hinaus. »Ich werde nicht fürs Denken bezahlt.« »Ein wahnsinnig hilfreicher Typ, der Kerl, nicht wahr?« Franks drehte den Kopf. »Aber ich bezweifle, dass ihr rücksichtslos genug seid, um zu überleben.« Damit wandte er sich wieder dem Fenster zu. Den Rest des Weges fuhren wir ohne, dass ein Wort fiel. Es war deutlich nach Mittag, als wir auf das MHI-Gelände rollten. Es waren eine Menge Fahrzeuge dazugekommen, die auf unserem Parkplatz herumstanden. Einige Leihautos vom Flughafen und ein paar andere MHI-Wagen von Teamleitern, die nah genug stationiert waren, um zu fahren, statt zu fliegen. »Ab Earl wohl zurück ist?«, fragte Trip. »Wir müssen jedenfalls mit ihm reden und bewahrt ansonsten strikte Verschwiegenheit über alles, was wir erfahren haben. Wenn die Sterblichkeitskirche das Hauptquartier infiltriert hat, könnte sie auch Leute in die anderen Teams eingeschleust haben.« Verdammt, Hood hatte Carlos sogar angeboten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wer konnte wissen, ob er das nicht auch bei anderen versucht hatte. »Das macht mich echt stinksauer«, verriet Holly. »Ich hasse Verräter.« Franks murmelte tatsächlich zustimmend, als wir aus dem Wagen stiegen. »Ich auch.« Er hielt sich im Hintergrund, als der Rest von uns die Ausrüstungstaschen aus dem Kofferraum lud, dann ging er die Treppe hinauf. Konnte Franks spüren, wie unerwünscht er in einem Gebäude sein würde, das mittlerweile gerammelt voll mit den erfahrensten Monsterjägern des Landes sein musste? Das war zu bezweifeln. Wahrscheinlich hatte er irgendeinen anderen schändlichen, unerklärlichen Grund, sich unauffällig zurückzuhalten. Es sah Franks nicht ähnlich, sich darum zu scheren, ob er erwünscht war oder nicht. Im Bürogebäude herrschte so reger Betrieb wie seit vergangenem Sommer nicht mehr. Überall wuselten Jäger herum. Dorcas saß an ihrem Schreibtisch, beantwortete mürrisch Fragen und schob Papiere hin und her. Sie wurde belagert von Frischlingen, die Anforderungsformulare ausfüllten, damit sie sich Ausrüstung holen konnten, oder die ihr wegen des letzten Ausbildungschecks in den Ohren lagen. Die Schulung hatten sie hinter sich und waren bereit, ihr Leben als richtige Jäger anzutreten, weshalb die Stimmung an die des letzten Tags einer Highschool vor den Sommerferien erinnerte. Geradezu festlich. »Shit«, brüllte jemand. Plötzlich befand ich mich in einer rippenbrechenden Umarmung, bei der mir die Arme an die Seiten gepresst wurden, meine Füße vom Boden abhoben und die Wirbel knackten. Der Mann war etwas kleiner als ich, aber stark wie ein Ochse. Einen Moment lang hopste er so ausgelassen mit mir herum, dass ihm sein schwarzer Cowboyhut vom Kopf fiel. Sein mächtiger Schnurrbart kitzelte mich und ich roch Kautabak der Marke Copenhagen. Sam Haven war zu Hause. »Hi, Sam!« Er setzte mich zurück auf den Boden. Dann richtete unser alter Teamkamerad die Aufmerksamkeit auf Trip und Holly. Sie erfuhren dieselbe enthusiastische Begrüßung. »Wie läuft's in Colorado?« Sam grinste. »Die besten Krieger seit Menschengedenken haben mich dafür ausgebildet, vom Meer aus zu kämpfen. Ich bin ein Meister der maritimen Vernichtung, ein wahrer Sohn Poseidons«, verkündete er lauthals. Sam war früher Navy Seal gewesen. Kurz verstummte er, um seinen Hut aufzuheben und zackig wieder über seinen Fukuhila zu stülpen. »Also überträgt mir Earl natürlich die Leitung eines Teams, das 1500 Meter über dem Meeresspiegel mitten im verdammten Landesinneren stationiert ist. Denfer ist verlaust vor Hippies. Ich meine, die sind echt überall. Aber die Weiber sind glühheiß und es gibt ein paar gute regionale Biere. Gleich sich also insgesamt irgendwo aus.« Er streckte die Schulter vor, damit wir das Abzeichen an seinem Kampfanzug bewundern konnten. »Seht euch das an! Ziemlich cool, was?« Das Abzeichen von Team Haven stellte ein Walross mit einem Banjo dar. »Vielleicht bekommt ihr junges Gemüse eines Tages auch euer eigenes Abzeichen. Holly könnte eine Stripperin an einer Stange nehmen, das wäre richtig cool.« »Ich heb dir dann eines auf«, sagte Holly und klopfte ihm auf den Rücken. Sie hatte ihn auch vermisst. »Das sieht toll aus!« »Tat es wirklich.« »Ich schätze, das Walross passte irgendwie zu ihm.« »Hör mal, Sam, das ist jetzt echt dringend. Ist Earl zurück?« Verschwörerisch beugte er sich näher und schaute von Seite zu Seite, um sich zu vergewissern, dass uns niemand sonst belauschte. »Er ist heute Morgen zurückgekommen. Aber die schlampe Susan ist entkommen.« »Typisch.« »Keine Bange. Früher oder später holen wir sie uns. Und ich hoffe, dass es einer von uns Altgedienten tut. Ich finde, irgendwie ist das unsere Aufgabe, unsere Verantwortung.« Sam hatte als junger Jäger mit Ray und Susan gearbeitet, und er war im Team gewesen, als Susan verschwand. Dass jemand aus seinem Team nunmehr für die andere Seite spielte, kam für Sam einer persönlichen Beleidigung gleich. »Kommt mit. Earl ist unten, um sich zu erholen.« Sam pflügte eine Schneise durch die Menschenmenge. Andere Teamleiter fingen uns ab, begrüßten uns, zeigten sich dabei allesamt ausgesprochen freundlich. Die meisten kannte ich von vergangenem Sommer oder von Milos Hochzeit. Es war schon eigenartig, aber unter all den erfahreneren Monsterjägern galt ich als eine Art Berühmtheit. Mir fiel auf, dass Sam als einziger Teamleiter volle Kampfmontur trug. Offenbar war er so stolz auf sein neues Abzeichen, dass er es einfach allen zeigen musste. »Den ganzen Vormittag haben wir Gespräche mit den Frischlingen geführt, und nach dem Mittagessen geht das Gerangel darum los, wer wen bekommt. Aber ich darf in der ersten Runde aussuchen.« »Weil du das neueste Team hast?« »Nein, weil ich so toll bin. Brun glaubt, dass er als erster aussuchen darf, weil er meint, er sei unterbesetzt. Scheiße, ich hab genauso viele Männer wie er. Wir werden es wohl auskämpfen müssen.« Da die Gepflogenheiten bei MHI noch relativ neu für mich waren, hätte es mich nicht verwundert, wenn körperliche Kraftakte tatsächlich als anerkannte Methode zur Lösung von Streitfällen in Personalfragen galten. »Ich werde ihm den Arsch versohlen.« »Hm, vielleicht wäre ich ein recht guter Teamleiter,« murmelte ich nachdenklich. »Immerhin hatte ich einige Jahre lang Leute für Geld vermöbelt. Dadurch und durch den Umstand, dass ich tatsächlich wusste, wie man ein Budget erstellte, würde es mir vielleicht gelingen, befördert zu werden.« Als wir uns der Cafeteria näherten, vernahm ich die Klänge einer Akustikgitarre. Ich spähte hinein und erblickte meinen Bruder, der mit einem geborgten Instrument in der Hand an einem Ende des Raums saß, und ein Stück spielte, das mir bekannt vorkam. Mehrere der unliierten weiblichen Frischlinge hatten an seinem Nebentisch Platz genommen und schmachteten ihn an. Außerdem hatte sich ein halbes Dutzend maskierter Orks eingefunden, die einfach glücklich waren, in der Gegenwart wahrer Größe zu weilen. Es kam wirklich nur sehr, sehr selten vor, dass die Orks in der Nähe von Menschen sein wollten, doch für unseren prominenten Gast machten sie anscheinend gern eine Ausnahme. Er hat schon immer alle Mädchen abbekommen. Holly lauschte einen Augenblick, während Moschs Finger über die Seiten auf- und abflogen. »Verdammt, er ist wirklich gut.« Einige behaupten, er sei der weltweit Beste. Wir sind nun mal eine talentierte Familie. Aber sein Talent ist cooler. Ich schüttelte den Kopf. »Alles klar. Komm bloß nicht flennend angerannt, wenn du nächstes Jahr Hilfe bei der Steuererklärung brauchst.« Mosch sah uns an der Tür stehen, hörte mitten im Refrain zu spielen auf, legte die Gitarre weg, sprang auf und steuerte auf mich zu. Das Kontingent der Orks begann sofort laut zu buhen. Er schenkte ihnen keine Beachtung und konzentrierte sich stattdessen mit beunruhigender Intensität auf mich. Das musste er sich von Paar abgeschaut haben. »Da bist du ja. Wir müssen reden. Hast du die Nachrichten gesehen?« War zu beschäftigt. »Die offizielle Fassung lautet, dass ich all den irren Scheiß auf Buzzard Island verursacht habe. Außer Kontrolle geratene Spezialeffekte und lauter solch Lama Mist. Wann kann ich hier weg?« »Ruhig, Blutmann, ich arbeite daran.« Abwehrend hob ich die Hand. Ich kümmere mich darum, so schnell es geht. »Das ist nicht schnell genug. Mar will andauernd mit mir reden. Ich habe überhaupt nichts von meinem Zeug da. Ein paar Auftritte mussten wir schon absagen. Und wenn ich nicht bald von hier verschwinde, können wir die ganze Tour schrotten. Hast du eine Ahnung, wie stocksauer die Fans sein werden, wenn wir das Eintrittsgeld für zehn ausverkaufte Konzerte zurückerstatten müssen? Außerdem habe ich Rechnungen zu bezahlen. »Mann, dann verkauf doch den Ferrari, den du dir unlängst zugelegt hast«, schlug ich vor. Mosch schnaubte, als hätte ich ihn gerade schwer beleidigt. »Das war ein Aston Martin!« »Mir egal. Versteh doch, es ist einfach noch nicht sicher. Wenn du jetzt raus in die Öffentlichkeit gehst, könntest du dir genauso gut eine Zielscheibe auf die Stirn kleben. »Ich kann mir Sicherheitspersonal besorgen.« »Jetzt wirst du aber wirklich albern. Bodyguards sind dieser Sache nicht annähernd gewachsen.« Sam hob die Hand. »Hey, wenn ich was einwerfen darf, ich kenne da eine kleine Firma, die ist in Sicherheitsfragen.« Sowohl Mosch als auch ich schleuderten ihm einen finsteren Blick zu. »Oh, schon gut. Wollt nur ein wenig Werbung machen. Na, dann warte ich unten, bis ihr zwei Diven mit eurem Zickenkrieg fertig werdet.« Damit machte er auf dem Absatz kehrt und ging. Trip schaute unbehaglich drein. Holly hingegen schien die Vorstellung zu genießen. Mosch trat näher an mich heran und piekte mich in die Brust. Ich war überzeugt davon, dass er sich haargenau erinnerte, wie sehr mich das ärgerte. »Hör mal, die Leute fangen schon zu reden an. Auf Fan-Websites wird behauptet, ich musste auf Entzug. Und einer dieser Regierungsfuzzis war in den Nachrichten und hat behauptet, die große Explosion hätte daran gelegen, dass ich persönlich mit dem Tourbus in den Benzinlaster gekracht bin. Hat bei ihm so geklungen, als wäre ich sturzbesoffen oder zugedröhnt gewesen. Auch wenn er das so nicht wörtlich gesagt hat. »Es war dieser Typ, der wie ein Englischlehrer aussieht. Dieser dreckige, verkommene, verlogene Haufen Scheiße!« »Ach, du meinst Agent Myers?« »Ja, damit verdient er sich den Lebensunterhalt. Er vertuscht Monsterangriffe.« Ich schob seine Hand von mir weg. »Hör mal, ich kann nachvollziehen, wie dich das nervt, und ich bin sicher, eines Tages lässt sich daraus eine großartige Folge von Behind the Music machen, aber vorläufig sitzt du hier fest.« »Ich sollte dir ja sowas von in den Arsch treten!« Mosch war ziemlich sauer. »Bin ich hier etwa ein Gefangener oder was?« »Nein, geh ruhig durchs Haupttor raus und gib mir dann Bescheid, was für ein Monster es als Erstem gelungen ist, dein Gehirn zu fressen. »Kannst ja ausprobieren, ob mich das juckt!« »Verdammt nochmal!« brüllte er. »Das versaut mir meine Karriere!« »Glaubst du wirklich eine Horde Fanatiker und ihren obersten Tintenfisch interessiert deine Karriere auch nur einen Scheißdreck? Hör auf, dich wie ein Baby anzustellen!« Holly schob sich behutsam zwischen uns. »Schon gut, Jungs, beruhigt euch erst mal. Ja, das ist alles Seds Schuld.« Sie warf mir einen Blick zu, der mir verdeutlichte, dass ich besser die Klappe halten sollte. »Und ich bin sicher, es tut ihm aufrichtig leid. Aber wir sind dabei, die schwierige Lage so schnell wie möglich zu bereinigen.« Immer noch grantig trat Mosch einen Schritt zurück. Zum ersten Mal richtete er die Aufmerksamkeit bewusst auf Holly. »Und wer bist du?« Sie streckte ihm die Hand hin. »Holly Newcastle, Monsterjägerin. Ich bin im Team deines Bruders.« Ich konnte beinahe sehen, wie er mental den Gang wechselte. Mosch ging vom Modus des wütenden VIPs in den Spielermodus über. Er ergriff ihre Hand und beäugte sie nicht besonders diskret. Und Holly war eine überaus attraktive Frau. »Tja, freut mich, dich kennenzulernen, Holly. Ich bin Mosch Pitt, internationaler Superstar.« Er war ja so ein Schleimer. Oh, Kacke, ich wartete nur darauf, dass ihm Holly einen Schlag in die Kehle versetzte. Sie kicherte. Die stahlharte Monsterkillerin Holly Newcastle kicherte. Wie ein Mädchen oder so ähnlich. Trip und ich blickten einander verdattert an. »Weißt du, Mosch, ich bin sicher, du hast eine Menge Fragen, die noch nicht beantwortet werden konnten, und dein Bruder ist zu beschäftigt, um dir zu helfen. Also kann ich deine Frustration voll verstehen. Ich nehme mir aber gern die Zeit, dir alles zu erklären.« Er nickte. »Ja, es ist schon eine Menge passiert. Vielleicht könnten wir ja beim Essen darüber reden.« Oh mein Gott, Holly flirtete mit meinem Bruder. »Klar, tolle Idee. Wir sind zwar nicht unbedingt für ein feines Dinner herausgeputzt, aber eine Kleinigkeit kann ich uns bestimmt auftreiben. Seth, Trip, warum geht ihr nicht schon mal und redet mit Earl? Ich komme später nach.« Damit ergriff sie Mosch am Arm. »Hier entlang«, Mosch zwinkerte mir zu. »Vielleicht ist es hier doch nicht total scheiße.« Sie brachen in Richtung der Küche auf, und die weiblichen Frischlinge schauten geknickt drein, während die Orks darum zankten, wer die Gitarre behalten durfte, auf der ihr großer Kriegshäuptling höchstpersönlich gespielt hatte. »Was ist da gerade passiert?«, fragte Trip. »Der Teufel soll mich holen, wenn ich das weiß. Entweder will Holly uns den Rücken freihalten, oder sie steht wirklich auf bescheuerte Glatzköpfe mit haufenweise Tätowierungen und echt dämlichen Spitzbärten. Ich setze mein Geld darauf, dass sie ihn mir vom Leib halten will. Dafür bin ich ihr was schuldig.« Trip verschränkte die Arme vor der Brust. »Also, mir gefällt das nicht«, erklang geradezu. »Eifersüchtig?« »Nein, das ist nun wirklich lächerlich.« »Komm, Mann, wir haben etwas zu erledigen!« Earl lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und zündete sich die vierte Zigarette seit dem Beginn meiner Ausführungen an. Gut, dass sich sein Gewebe auf übernatürliche Weise regenerierte, sonst wäre er bestimmt schon vor geraumer Zeit an Lungenkrebs gestorben. Er legte die nackten Füße auf den Tisch hoch und grübelte darüber nach, was ich gerade geschildert hatte. »Ich kann das einfach nicht glauben«, er schüttelte den Kopf. »All die Jahre!« Trip und ich hatten Sam und Earl im Kellerbüro vor Earls Gefängniszähle gefunden. Das war der Ort, an dem er sich für gewöhnlich nach einer Verwandlung in einen Wehrwolf sauber machte und beruhigte. Der Raum glich mehr einem Bunker als einem Büro mit den Möbeln aus zweiter Hand, einer Dusche sowie einer Tür, die aussah, als stamme sie aus einem Banktresor. Ich wusste, dass sich hinter der Tresortür ein noch schlichterer Raum befand, der über ein kleines Abflussloch in der Mitte des Bodens verfügte und von hunderttausenden Kratzspuren in den Betonwänden gezeichnet war. Sam saß ein wenig abseits. »All die Jahre hast du dir solche Vorwürfe gemacht, weil du den kleinen Penner abgemurkst hast. Und jetzt stellt sich raus, dass er es ohnehin verdient hatte.« »Mein Asthma machte mir schwer zu schaffen. Im Keller gab es keine Fenster und die Luft strotzte nur sofort dicht im Rauch. »Nur hast du in Wirklichkeit nicht ihn getötet?« Sam beugte sich vor. »Lasst mich das mal eben rekapitulieren. Hood hat den Körper mit irgendeinem anderen Kerl getauscht und es war dieser andere Kerl in Hoods altem Körper, der durch Gedankenkontrolle oder so Earls Tür aufgemacht hat?« Ich nickte. Sam verstummte, um in einen Plastikbecher zu spucken. Ich war von Nikotinsüchtigen umgeben. »Mann, das ist mal echt abgefahrene Scheiße.« Earl sprach, den Blick zur Decke gerichtet. »Warum hast du es mir nicht erzählt, Carlos? Zusammen hätten wir eine Lösung finden können.« »Tut mir leid wegen deinem Freund,« sagte Tripp. »Er war wie ein Bruder für mich,« erwiderte mein Boss schlicht. Dann senkte er den Kopf und sah uns an. Ich war heilfroh, dass die Wut in seinem Blick nicht mir galt. »Marty Hood.« Es mag verrückt klingen, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto besser passt alles zusammen. Er hat sich immer für diesen Kram interessiert. Ray und er haben ständig in den Archiven rumgestöbert. So versuchten sie, die Monster zu verstehen. Aber Monster braucht man nicht zu verstehen. Man braucht nur genug darüber zu wissen, wie sie denken, um sie aufzuspüren und erledigen zu können. Das ist ein großer Unterschied. Also war der Totenbeschwörer früher selbst ein Monsterjäger. Er kennt unsere Möglichkeiten. Wusste Hood über den Schutzstein der Anlage Bescheid? »Schutz, was?« fragte Sam dazwischen. Wenn selbst Sam Haven nichts von dem Schutzzauber wusste, konnte das nur bedeuten, dass sehr wenige Jäger darin eingeweiht waren. Lange Geschichte, Sam. Earl schüttelte den Kopf. Hood sollte eigentlich nichts davon wissen. Ich habe es ihm nie erzählt. Als wir das letzte Mal etwas daran geändert haben, war er bereits zu Carlos' Team versetzt gewesen. Wir betrachten den Stein irgendwie als Selbstverständlichkeit und reden dementsprechend kaum darüber. »Und was machen wir jetzt?« wollte ich wissen. Earl wirkte erschöpft, hatte dunkle Ringe unter den Augen. Er holte ein paar Socken aus dem Schreibtisch hervor und begann, sie anzuziehen. »Lasst mich darüber nachdenken. Wir reden später nochmal. Jetzt muss ich mich erst mal vorzeigbar machen. Ich muss den Schiedsrichter spielen, während die Teamleiter darum streiten, wer welchen Frischling bekommt. »Ich will die Hate, Brüder!« meldete sich Sam rasch zu Wort. »Ich brauche mehr Scharfschützen und diese Jungs sind erste Sahne!« Ich wusste auf Anhieb, von welchen Frischlingen er redete. Es ging um die zwei Brüder aus Utah, deren Bauarbeitermannschaft beim Legen eines Fundaments versehentlich die Ruhestätte eines bösen Geists ausgebuddelt hatte. Beide waren durch Rodeos abgehärtete Kerle und hatten langjährige Erfahrungen als Schädlingsbekämpfer sammeln können. Außerdem hatten sie sich als die mit Abstand besten Schützen dieser Frischlingsklasse erwiesen. »Ich kann dir nicht beide geben«, entgegnete Earl. »Ah, jetzt komm schon, Mann! Sie haben aus dem Stegreif eine Bombe aus 200 Kilo Ammonium-Nitratdünger gebastelt und damit einen Gestaltwandler in die Luft gejagt. Genau solchen Einfallsreichtum brauche ich!« »Du und jeder andere auch, Sam. Wenn ich dir beide gebe, kann ich mir die Klagen der anderen darüber anhören, dass ich manche Teamleiter bevorzuge.« Sam grinste. »Na ja, ich bin ja auch dein Liebling. Aber gut, wenn ich die nicht haben kann, dann will ich diesen Torres.« Trip und ich kicherten. »Was? Gibt's etwas, das ich nicht über ihn weiß? Er scheint mir ziemlich abgebrüht.« »Sollte er auch besser sein. Er ist einer von Franks Leuten«, erwiderte ich. »Torris gehört zu meiner Schutztruppe.« Sam schaute finster drein. »Jetzt verarschst du mich aber!« »Nein, ich erklär's dir später«, versprach Earl, während er seine Stiefel zuschnitte. »Archer und Herzog kannst du auch nicht haben. Die sind ebenfalls Bundesagenten.« »Also bei Archer hatte ich den Eindruck, er wäre recht brauchbar als Unterstützungsmann. Das sind diese peniblen, zwangsgestörten Typen fast immer. Durchorganisiert bis ins letzte Detail. Aber Herzog«, er verzog das Gesicht. »Ich wüsste nicht, warum irgendjemand Sie aussuchen soll.« »Beim Bewerbungsgespräch hat sie sich darüber ausgelassen, dass eine zentralisierte Regierung die beste Möglichkeit wäre, Monster zu jagen. Was für eine Kneifzange!« Das erinnerte mich an etwas. »Sie ist in Wirklichkeit gar keine Agentin für den Feldeinsatz. Sie arbeitet in der Verwaltung.« Earl schaute auf. »Was?« »Sie ist überhaupt keine Jägerin. Trotzdem hat ihr Myers höchstpersönlich diese Aufgabe übertragen, »Herzog ist was herausgerutscht, und sie hat es dann zugegeben, weil sie Angst hatte, du könntest sie fressen.« »Nicht so ungut.« »Sie ist nicht mein Typ«, gab mein Boss trocken zurück. »Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte Myers eine Schreibtischtäterin für eine Schutzmission einteilen?« »Kein Schimmer«, antwortete ich. »Aber Myers hat die drei aus einem bestimmten Grund als Unterstützung für Franks ausgesucht. Und ich komme einfach nicht dahinter, aus welchem.« Earl stand auf und schlüpfte in seine uralte Lederjacke. »Ich will ohnehin mit Myers reden. Er muss erfahren, dass sein alter Kumpel unser Schurke ist. Ich bin zwar sicher, dass es Franks bereits gemeldet hat, aber ich kann's kaum erwarten, es ihm auch noch persönlich unter die Nase zu reiben.« Ein boshaftes Lächeln trat in seine Züge. »Der gute alte Myers wollte mich deshalb in jener Nacht damals umbringen, und als ihm der Wunsch nicht erfüllt wurde, wollte er stattdessen die ganze Firma ruinieren. Er hat uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit das Leben schwer gemacht, und jetzt stellt sich raus, dass er selbst ein genauso großer Trottel wie der Rest von uns war.« Es klopfte an der Tür und Julie trat ein. Sie taumelte jedoch regelrecht zurück, als sie gegen die Wand aus Rauch prallte. »Oh Mann, wie könnt ihr hier drin überhaupt atmen?« »Männersache«, verkündete Sam. Ich hustete gequält. Earl zeigte auf seine Brust. »Regeneration. Was gibt's?« Julie erblickte mich und grinste, vergaß Earl für einen Moment. »Du bist zurück?« Ihr Lächeln versüßte mir den Tag. »Ich bin ja so ein Glückspilz.« Dann wurde sie dienstlich und wandte sich wieder an Earl. »Wir brauchen dich oben.« Van Sant streitet schon wieder mit Mallorca darüber, wer das beste Unterstützungspersonal bekommt. Hurley steigt nicht davon runter, dass er beide Techniker will. Außerdem meint er, dass er noch jemanden braucht, der Spanisch spricht. Esmeralda hat ein paar Leute raus zum Schießstand gebracht, weil Eddings glaubt, sie hätte die Ergebnisse der Schützen getürkt. Er sagt, sie kann unmöglich so viele Frischlinge durch die Ausbildung gebracht haben. Seiner Meinung nach hätten wesentlich mehr durchfallen müssen. Mein Boss stöhnte. »Das liegt daran, weil es beim letzten Mal, als er ausgebildet hat, nur sechs Frischlinge geschafft haben. Er kann einfach nicht zugeben, dass sie die fähigere Ausbilderin ist. Bessere Monsterkiller als diese Kerle hat die Welt noch nicht gesehen. Aber ich schwöre, diesen Schuppen zu leiten ist manchmal so, als versuche man, eine Herde Manticore im Griff zu behalten.« Plötzlich ertönte ein Hämmern aus Earls Zelle. »Und noch was. Warum ist dieses Ding da drin?« »Oh, den hätte ich fast vergessen. Wie heißt er noch gleich?« »Melvin.« »Wir mussten ihn an einem sicheren Ort unterbringen«, erklärte Julie. »Na toll, jetzt riecht's in meiner Zelle nach Troll«, murrte Earl. »Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er etwas weiß«, sagte Julie. »Ich schätze, nach ein paar Tagen ohne Internetzugang dürfte er bereit sein, auszupacken.« Earl schüttelte den Kopf. »Ich werde Meile vor dem nächsten Vollmond ein paar Lufterfrischer bestellen lassen. Na schön, Leute, das war's vorerst. Wir reden später weiter.« Damit löste sich die Gruppe auf. Mit tränenden Augen und brennender Lunge stolperte ich auf den Gang hinaus. Julie ergriff meine Hand, während die anderen weitergingen. »Geht's dir gut?« »Astma«, antwortete ich. »Nein, ich meine wegen allem. Irgendetwas Schlimmes ist in Appleton passiert, nicht wahr?«, fragte sie. »Woran merkst du das?« Julie wirkte besorgt um mich. »Du scheinst mir so abwesend.« Ihre Sorge war durchaus berechtigt, und dabei wusste sie gar nicht, in welchem Ausmaß ich die Macht eingesetzt hatte, die mir durch jenen Splitter des Artefakts zuteil geworden war. Ich streichelte über ihr Haar, und als es sich teilte, kam das schwarze Mal an ihrem Hals zum Vorschein. Es gab viele Dinge, die ich ihr noch nicht anvertraut hatte, aber da sie der wichtigste Mensch in meiner Welt war, musste ich es irgendwann tun. »Es wird alles gut, keine Bange. Komm mit, ich erzähle dir alles. Aber lass uns ein wenig frische Luft schnappen.« »Oh, so einfach ist das nicht,« entgegnete Julie. »Du hast etwas vergessen. Dir steht noch eine andere Herausforderung bevor.« »Oh Mann, was denn jetzt wieder? Muss ich mit den Höllenhunden Gassi gehen oder die Pterodactylos-Käfige ausmisten?« »Nicht ganz so schrecklich, obwohl er auch ziemlich furchteinflößend sein kann.« Das hatte ich wirklich total vergessen. Pa! Ich fand meinen Vater auf einer Bank vor dem Hauptgebäude, wo er neben einem größeren Mann saß, den ich als einen unserer altgedienten Teamleiter erkannte. Er hieß Benjamin Cody und leitete das Team, das derzeit für die Erfüllung unseres Vertrags mit dem Energieministerium zuständig war. Ihr Abzeichen bestand aus einem Molekül mit Fangzähnen unter den Worten »Exzite Chemicus Sum«, was lateinisch war und so viel bedeutete wie »Verpiss dich, Mann. Ich bin Wissenschaftler.« Jenes Team konnte sich stolz rühmen, in Los Alamos aufgeräumt zu haben, nachdem das Manhattan-Projekt bedauerlicherweise andere, weniger erfolgreiche Arten von Waffenprojekten beeinträchtigt hatte. Cody gehörte zu den ältesten aktiven Monsterjägern, und man musste schon verdammt schlau sein, um diesen Job übernehmen zu dürfen. Die Leute seines Teams waren unsere Spezialisten, wenn es darum ging, sich um die Folgen wissenschaftlicher Projekte zu kümmern, die ein schlimmes Ende genommen hatten. Julie hatte unlängst mal erwähnt, dass ich Cody mit dem Gedanken trug, in den Ruhestand zu gehen. Außerdem hatte er mit meinem Vater in Vietnam gedient. Das hatte ich vergangenen Sommer erfahren, als Cody versucht hatte, mich dafür zu motivieren, loszuziehen und Lord Machado den Arsch aufzureißen. Also hatte mein Paar zumindest einen Freund gefunden. Ich näherte mich ihnen von hinten. Sie schienen mich nicht zu hören, aber was konnte man auch von zwei Kerlen erwarten, die etliche Jahre ihres Lebens umgeben von Explosionen verbracht hatten. Cody erzählte eine vertraute Geschichte. Dann wird dieser Hintereingang in die Höhle entdeckt, eine Art magisches Portal. Ohne zu zögern springt dein Junge aus vollem Lauf durch, schnappt sich die Geisel und kommt mit um die fünfzig Unholden auf den Fersen rausgerannt. Paar unterbrach ihn. Was ist ein Unhold? Stell dir einen Zombie auf Steroiden vor, der einen mit einer einzigen Berührung lähmen kann. Aber wie auch immer, das war erst der Anfang. Wir anderen waren damit beschäftigt, gegen diese Meistervampire zu kämpfen, und uns lief die Zeit davon, als der Junge mit einer kleinen Gruppe nochmal durch das Portal ist, um es mit dem Oberarschloch höchstpersönlich aufzunehmen. Meine Brust schwoll vor Stolz an. Jeder bei MHI wusste über meine Taten in den DeSoya-Höhlen Bescheid. Mutig und dumm. Klingt ganz nach meinem Spross, brummte mein Paar. Na ja, klar. Ich räusperte mich, damit sie mich bemerkten. Cody drehte sich um. Na sowas. Schönen Nachmittag, Seth. Er streckte mir eine schwielige Hand entgegen. Ich schüttelte sie. Ich hab deinem Vater gerade von unserer letzten Zusammenarbeit erzählt. Es war damals ein harter Tag, erwiderte ich. Die Miene meines Vaters verfinsterte sich, als wolle er damit ausdrücken, ich sei nicht qualifiziert, so etwas zu beurteilen. Ein ganzer Haufen von uns ist nicht von dem Einsatz zurückgekommen, meinte Cody, als er aufstand. Er war ein vierschrötiger, breitschultriger Mann mit grauem Bart und einer Mähne, die an einen alten Holzfäller erinnerte. Tja, ich muss zurück an die Arbeit. Er wandte sich wieder meinem Vater zu. War schön, dich wiederzusehen, Ogi. Gleichfalls, alter Freund, antwortete mein Vater. Beruhigt mich ein wenig zu sehen, dass dieser Laden hier nicht ausschließlich mit Verrückten besetzt ist. Wer behauptet denn, dass er's nicht ist? Cody lächelte. Man braucht ein Weilchen, um sich einzugewöhnen, aber diese Gruppe von Männern gehört mit zu den Besten, mit denen ich je gedient habe. Und wir haben einen verflucht guten Betriebsleiter. Paar runzelte die Stirn. Du meinst Mr. Wolf? Cody zeigte keine Reaktion, obwohl alle Teamleiter über Harbingers Besonderheit Bescheid wussten. Davon weiß ich nichts. Aber käme Earl Harbinger zu mir, weil er Freiwillige für eine Selbstmordmission ins Scheißhaus der Hölle braucht, wäre ich sofort dabei. Und sei es nur für die Chance, live mit anzusehen, wie er den alten Lucifer von der Kloschüssel tritt. Keine Sorge, Org. Dein Junge ist in guten Händen. Die zwei alten Veteranen schüttelten sich die Hände und verabschiedeten sich voneinander. Ich wartete geduldig. Nachdem Cody gegangen war, deutete mein Paar auf die freie Stelle der Bank. Ich nahm Platz. Wir müssen über ein paar Dinge reden, meinte er schlicht, den Blick starr auf den fernen Wald gerichtet. Vom Schießstand, wo die Frischlinge demonstrierten, was sie gelernt hatten, ertönte das ständige Knallen von Schüssen. Ma hat mir erzählt, du wärst krank. Und gestern wollte Ma mich nicht zu dir lassen. Was fehlt dir denn? Sie hat nun mal diese beschützerische Ader, gab er zurück, womit er der eigentlichen Frage auswich. Aber deshalb bist du nicht hier. Ich will etwas über deinen Traum erfahren. Traurig schüttelte er den Kopf. Du würdest das nicht verstehen. Mein Gelächter erklang so unverhofft und verbittert, dass ich ihn wohl überrascht haben musste. Was ist? Ich würde es nicht verstehen? Wut schwang überdeutlich in meiner Stimme mit. Hör auf, mich wie ein dummes Kind zu behandeln. Hör zu, Junge. Ich schnitt ihm das Wort ab. Nein, jetzt hörst ausnahmsweise mal du mir zu. Ich bin am Rand des Universums gewesen und habe gesehen, was auf der anderen Seite ist. Ich habe mich bösartigen Kreaturen gestellt, die das Begriffsvermögen der meisten Menschen übersteigen würden, und ich habe ihnen mitten in die Fresse geschossen. Ich bin sogar durch die verfluchte Zeit gereist. Ein Teil meiner aufgestauten Aggressionen bahnte sich den Weg an die Oberfläche. Ich habe Dinge gesehen, die sich kein geistig gesunder Mensch je vorstellen kann. Ich bin nicht dafür da, dass du mich schikanieren, herumschubsen und einschüchtern kannst. Also hör auf, mich zu behandeln, als wäre ich immer noch ein dickes, dummes Kind, das deine Erwartungen nie erfüllen wird, Paar. Von dem Mist habe ich genug, und es ist an der Zeit für ein paar geradlinige Antworten, von Mann zu Mann. Paar wartete. Bist du fertig? Mir wurde bewusst, dass ich heftig atmete. Ja. Er lächelte verhalten. Cody hatte recht. Du kommst wirklich ganz nach mir. Stur wie ein Bock. Jetzt halt mal einen Moment den Rand. Er griff in seine Hemdtasche und zog einen Umschlag hervor, den er ordentlich in der Mitte gefaltet hatte, und reichte ihn mir. Auf der Vorderseite stand in dicken, fetten Buchstaben mein Name draufgekritzelt. Wie du dich erinnerst, bin ich nie ein großer Redner gewesen, und Gott weiß, du bist kein besonders guter Zuhörer. Deshalb habe ich es für dich aufgeschrieben. Hab die ganze Nacht und den ganzen Vormittag damit verbracht, jede Einzelheit festzuhalten, damit ich nichts vergesse. Ich nahm den Umschlag entgegen. Das ist der Traum? Könnte man so sagen. Oder die Vision, die Prophezeiung, was auch immer. Ich setzte dazu an, den Umschlag zu öffnen, aber seine Hand landete auf meiner. Pa wollte etwas sagen, zögerte jedoch. Was ist? Sobald du diesen Brief gelesen hast, ist mein Leben vorbei. Das klang unheilvoll. Er hörte sich toternst an. Wie meinst du das? Mit angespannten Stimme antwortete er. Ich lebe seit über dreißig Jahren von geborgter Zeit. Mein Leben war wie ein Darlehen. Und sobald du das darliest, er deutete auf den Umschlag, wird das Darlehen fällig werden. Also lass mich ausreden. Das verstehe ich nicht. Mein Vater kicherte. Siehst du, habe ich dir doch gesagt, Mr. Neunmal-Klug. Es gibt einen Ort, einen schrecklichen Ort innerhalb der Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. Die Koordinaten stehen da drin. Ich wurde vor langer Zeit bei einer verdeckten Operation dorthin geschickt. Irgendein ziemlich zwielichtiger Kram lief dort ab, ein verdammt eigenartiges Waffenprojekt, und wir sollten herausfinden, worum genau es ging. Ich habe den Einsatz nicht überlebt. Hä? Ich wurde ermordet. Ich war tot. Erledigt. Ich hatte buchstäblich ein Loch im Schädel. Aber ich wurde geheilt zurückgeschickt, und zwar mit diesem Traum und einem Auftrag, bei dem ich nicht versagen durfte. Verstehst du? Ich war noch nicht fertig. Mir wurde gesagt, dass ich einen Sohn haben würde und dass ich ihn auf etwas Undenkbares vorbereiten müsste. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Es klang so weit hergeholt, so unmöglich. Andererseits hatte ich etwas sehr Ähnliches selbst erlebt. Mordecai hatte mir erzählt, ich hätte die Arschkarte gezogen, und dann hatte er mich zurückgeschickt, damit ich mein Gefecht mit dem Verfluchten austragen konnte, um herauszufinden, wer über das Schicksal der Welt entscheiden würde. Man könnte daher sagen, ich war ziemlich aufgeschlossen, was solchen Kram anging. Ich wusste nie, ob es David oder du sein würde. Aber einer von euch beiden war schon vor seiner Geburt auserkoren worden. Nach allem, was ich die letzten Tage so mitbekommen habe, bist es wohl du. Tut mir leid, Sohn. Ich bin es, bestätigte ich. Nur habe ich die Aufgabe schon erledigt und bin immer noch hier. Er erblickte einen Stock auf dem Boden, bückte sich, hob ihn auf und benutzte ihn, um etwas in die Erde zu zeichnen. Konzentriert kratzte er herum. Das Symbol war mir unbekannt. Als er fertig war, fragte er, Hast du das schon mal gesehen? Während ich es betrachtete, beschlich mich ein seltsam mulmiges Gefühl. Es ähnelte in keiner Weise den Schriftzeichen der Alten, die ich in Lord Machados Erinnerungen gesehen hatte. Auch nicht den Dingen aus Hoods altem Buch oder irgendetwas anderem, das ich aus der normalen Welt kannte. Gleichzeitig hatte ich aber den Eindruck, als müsste ich es sehr wohl erkennen. Doch was das war, schien sich dicht hinter dem Horizont meines Bewusstseins zu verbergen. Nein, habe ich nicht. Dann ist es noch nicht an der Zeit. Wenn du dieses Zeichen siehst, dann ist die Zeit gekommen. Was bedeutet es? Das ist ein Name. Er behielt den Stock in der Hand und stocherte zerstreut damit in der Erde herum. Da waren noch ein paar andere Zeichen. Einige, bei denen ich mir vorstellen konnte, dass sie auftauchen würden, andere, bei denen ich mir nicht sicher war. Die fünf Minuten, die die Welt letztes Jahr in der Zeit zurückgesprungen ist, das war eines der Zeichen. Bevor das passierte, war es mir beinahe gelungen, mich zu überzeugen, dass nichts von alledem echt sei. Ihr Jungs wart erwachsen und führtet eure eigenen Leben. Selbst der Traum kam nicht mehr so oft. Also hatte ich mir das Ganze vielleicht bloß eingebildet, dachte ich mir. Aber jene fünf Minuten damals, die haben alles bestätigt. Mein Vater wusste nicht, dass dieser Zeitsprung mein Werk gewesen war. Er konnte es unmöglich wissen. Das war meine Schuld. Der Nickte zeigte sich kein bisschen überrascht. Das war ein Teil davon. In dem Traum ist die Zeit wie ein mit Wasser gefülltes Rohr. Wenn die Zeit vergeht, gefriert das Wasser. Die Vergangenheit ist festgefroren und unveränderbar. Aber die Zukunft ist flüssig, bis sie dann eintritt. Wir leben an der Oberfläche des Eises in der Gegenwart. Das Wasser erstreckt sich endlos vor uns dahin. Was immer du getan hast, hat blitzartig ein winziges Stückchen Eis geschmolzen und uns in der Zeit zurückversetzt. Du hast ihn aufgeweckt. Wen? Er deutete auf das Symbol. Ein unbekannter Teilnehmer dieses Spiels. Dann löschte er es mit dem Fuß, verwischte es mit einem angewiderten Ausdruck im Gesicht. Du hattest keine Wahl. Es sind mehrere Seiten am Werk, und wenn eine davon gewinnt, verlieren wir. Das da war die erste und die letzte dieser Seiten. Der Penner, der uns im Augenblick das Leben schwer macht. Er gehört zu einer der Fraktionen. Seine ist aber nicht die schlimmste. nicht einmal annähernd. Woher weißt du all dieses Zeug, Pa? Steht alles in der Nachricht. Und sobald du sie gelesen hast, ist meine Aufgabe erledigt. Er seufzte. Ich hatte einen guten Lauf. Ich hob den Umschlag an. Du lässt es so klingen, als würdest du sofort ins Gras beißen, wenn ich mir das ansehe. Was ist eigentlich los? Pa schwieg eine Weile. Nichts. Ich stöhnte. Du bist der lausigste Lügner aller Zeiten. Es hat etwas damit zu tun, dass Ma gesagt hat, du wärst krank, nicht wahr? Er lächelte. Als ich gestorben bin, habe ich hier oben eine Kugel abbekommen. Peng. Schuss in den Kopf. Irgendein Arschloch mit einer Dragunov. Er tippte sich mit dem Finger an die Schädelbasis. Das klang vollkommen unwahrscheinlich, doch ich lebte in einer Welt der Unwahrscheinlichkeiten. Dann bin ich den anderen begegnet. Sie haben mein Gehirn zurück hineingestopft, mich zusammengeflickt und zurückgeschickt. Ich bin durchtränkt vom eigenen Blut auf einem Gebirgshang aufgewacht und wusste eines ganz genau. Sobald meine Mission erfüllt wäre, sobald mein Sohn vorbereitet und unterrichtet wäre, würde für mich die Zeit gekommen sein, nach Hause zu gehen. Rate mal, was bei einer Untersuchung vor ein paar Jahren entdeckt wurde. Genau an derselben Stelle. Seine Worte schienen in der Luft zu schweben. Meine Welt krachte in sich zusammen. Das war unmöglich. Es konnte einfach nicht sein. Oh nein, bitte nicht. Es besteht keine Möglichkeit, mich zu operieren, ohne mich dabei umzubringen. Die Masse sitzt an der Basis meines Gehirns. Aber seit die Ärzte sie gefunden haben, ist sie weder gewachsen, noch hat sie sich sonst irgendwie verändert. Sie ist einfach da und wartet. Nur ein Klumpen abnormaler Zellen. Für gewöhnlich macht mir das gar nichts aus. Ich weiß ja, dass es nichts anrichten wird, bis meine Aufgabe erfüllt ist. Und das ist mehr an Beruhigung, als man eigentlich verlangen kann. Weiß mal Bescheid? Er nickte. Sein Leben war verlängert worden, um mir diesen Umschlag zu geben? Ich hielt ihm den Brief hin. Nimm ihn zurück. Mein Vater rührte sich nicht. Geht nicht. Es wird die Zeit kommen, da wirst du den Brief brauchen. Weißt du, ich bin nicht der einzige Tote, der noch aufrecht herumläuft. Dein Schicksal ist genauso besiegelt wie meines. Nur darfst du nicht schwach sein. Du darfst nicht versagen. Er packte mich mit festem Griff am Arm und drückte mir den Brief gegen die Brust. Sein Blick bohrte sich in meinen. Du musst stark sein. Ich hatte keine Ahnung, was ich erwidern sollte. Verdutzt und sprachlos saß ich da, während seine Hand die meine und den Brief zerdrückte. All die Jahre, all die Dinge, die er mir beigebracht hatte, alles für dies schreiben. Tu mir das nicht an. Er ließ mich los. Sohn, es tut mir leid. Aber wir sind beide Soldaten. Wir haben uns den Job nicht ausgesucht. Er hat sich uns ausgesucht. Außerdem ist es ja nicht so, als würde ich sonst ewig leben. Und jetzt, da ich weiß, dass du derjenige bist, gilt es keine Zeit zu vergeuden. Je länger du zögerst, desto stärker wird er. Lies den Brief. Er wird dir verraten, was getan werden muss. Das ist Wahnsinn. Ich kann dich nicht umbringen. Ohangamea Pitt, Kriegsheld, ein Mann von Mut und Ehre, mein Vater, wischte sich über die Augen und wandte sich von mir ab. Meine Aufgabe ist erfüllt. Ich hoffe nur, wenn du das liest, kannst du nachvollziehen, das ich lediglich getan habe, was ich für richtig hielt. Es war überhaupt nichts richtig. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich endlich das Gefühl zu wissen, worum es meinem Vater gegangen war. Wir hatten endlich als Gleichgestellte miteinander geredet. Ich in der Hoffnung, mit ihm ins Reine zu kommen, ihn zu verstehen, aber nicht dafür. Das war nicht richtig. Es war nicht fair. Doch ich wusste, was mein Paar darauf erwidern würde, nämlich dasselbe, was er mir jahrelang eingebläut hatte. Das Leben ist nicht fair. Allerdings hatte ich es satt, den Bauern in einem kosmischen Schachspiel zu geben. Ich stand auf und ließ den Umschlag auf die Bank neben meinem Vater fallen. Er sah ihn nur an, dann schaute er enttäuscht zu mir auf. Ich musste weg von dort. Tja, wer immer dieser Schleimscheißer ist, er kann sich hinten anstellen. Träum deinen Traum und sag den Leuten, die dich zurückgeschickt haben, dass ich noch nicht bereit bin. Das wird nicht funktionieren, Sohn. Das ist unvermeidlich. Von diesem Wort habe ich inzwischen sowas von die Schnauze voll, spie ich hervor. Ich finde einen Weg, diesen Mist zu umgehen. Mein Vater hat keine Drückeberger großgezogen. Wir reden später weiter, Paar. Das ist ein Weg, die Schnauze voll, das ist ein Weg, das ist ein Weg, der Schnauze voll. Und das ist ein Weg, das ist ein Weg, das ist ein Weg. Vielen Dank.